Hallo, hallo, hallo. Heute wieder ein neuer Sportvlog. Heute wieder aus meinem Trainingskeller und hier wird ein bisschen Workout gemacht, hier ein bisschen am Boxsack. Ich habe mir schon die Bandage hier angelegt, damit die Handgelenke nicht so Schmerzen beim Boxen. Nach dem Intro geht es los, direkt mit der Musik. Los geht's! Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Das war die letzte Übung. Heute vom Workout. Ich kann jetzt die Bandage abnehmen vom Workout heute. Das war die letzte Übung. 45 Minuten habe ich gemacht. Alles gut. War wieder anstrengend. Soll auch so sein. Und dann gibt es noch mal. Das war die Parole. Runter vom Sofa. Sport machen. Sport machen. Sport machen. Ein paar Kilo abspecken. Ein bisschen fitter werden. Ein bisschen fitter werden. Macht irgendwas. Macht Liegestütze. Macht Situps. Oder kloppt auf euer Nachbar rum. Geht joggen. Scheißegal. Egal. Also macht was. Tschirio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Tschirio. 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 Tschirio.